hallo das omnic jubiläumspaket ist fertig dieses video ist video nummer drei aus der kleinen serie und falls du eins oder zwei die werde ich natürlich hier auch verlinken die sind auf meinem youtube kanal bereits gesehen hast dann weißt du schon bescheid dass das jahr 1994 das erstveröffentlichungsjahr war von ich kam von der venus falls du das ursprungsbuch noch aus der zeit hast dann weißt du sowieso dass die zeit der frau von der venus im deutschsprachigen raum damals begonnen hat und jetzt haben wir 30 jähriges jubiläum dieser autobiografie der frau die von sich behauptet dass sie auf der astralen ebene der astralen ebene der venus geboren und als kind im jahr 1955 auf die erde gebracht worden ist wo immer noch sehr viele menschen spontan abschalten und sagen so ein quatsch kann ja nicht sein wie kann denn da leben sein aber darum geht es in diesem video nicht da gibt es hunderte von anderen videos und natürlich auch die bücher die für sich selbst sprechen und amnächst wissen und ausstrahlung die für sich selbst spricht dieses video jetzt ist dafür da damit du jetzt dieses jubiläumspaket von mir einmal kennenlernst und entscheiden kannst ob du dir das bestellen möchtest es ist limitiert auf 100 stück der bestell link falls du schon weißt dass du es haben willst ist in der youtube beschreibung es ist deswegen auf 100 stück limitiert denn es war eine eine ein minimal größerer akt diese karten herstellen zu lassen erstens habe ich dieses design dann habe ich sie in amerika drucken lassen und zu amnake nach hause schicken lassen und wie viele von euch wissen ist sie nun physisch einfach natürlich jetzt auch nicht mehr die jüngste außerdem hatte sie einen schlaganfall und ist dadurch auch einfach eingeschränkt nicht in ihrer spirituellen kraft die leuchtet größer denn je aber in ihrer physischen kraft natürlich und deswegen war es schon eine 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 ein großer aufwand für sie diese karten zu schreiben da hat sie auch etwas zeit für gebraucht und sie hat das mit sehr viel liebe und hingabe gemacht und alle karten sind verschieden das sind 100 karten die hand signiert und hand gewidmet sind ja also alle alle karten sind unterschiedlich und sie sind durchnummeriert so das ist also teil nummer vier oder beziehungsweise das herzstück ja wenn du so willst teil nummer eins ist die karte dann sind die drei bücher in diesem paket enthalten so und das sind vier und um das ganze dann wirklich noch für mich einfach weißt du ich meine es ist ja auch für mich was besonderes dass ich jetzt die rechte habe dass ich nachdem ich fahre seit selber seit fast 30 jahren mit omnek verbunden bin physisch seit nicht ganz so langer zeit seit 25 jahren ungefähr 97 fing das an es ist auch für mich ein besonderes erlebnis und ein besonderer tag zu sagen hey ich habe es geschafft weißt du ich habe die bücher ich habe dafür gesorgt dass die rechte zurück sind zu uns ich habe die bücher alle gelayoutet auf englisch und deutsch rausgebracht drucken lassen und ebooks gibt es auch also es ist schon sehr viel sehr viel arbeit und energie in diese ganze sache reingeflossen sodass ich das gefühl hatte die jetzt einfach so veröffentlichen und kaum einer kriegt es mit außer die die hardcore fans aus der alten zeit ja weil so viel reichweite haben wir ja einfach nicht da ich gedacht nee ich das ist das ist was besonderes es ist ein jubiläum und es ist für mich einfach etwas spezielles und deswegen kriegt das noch so ein sonderschleifchen drumherum und noch ein paar andere inhalte und dann ist mir eingefallen so die omnek hat doch in ihrem buch ich kam neben dem handbuch venusischer spiritualität das ist ja in diesem paket enthalten immer auch und ich erinnere mich auch daran dass sie gesagt hat die 7 sei eine heilige zahl oder eine spirituelle zahl auf der venus jetzt könnte sich der ein oder andere fragen her die venus die wird doch immer mit der fünf mit diesem pentagramm mit diesem fünf stern gleichgesetzt oder in verbindung gebracht das ist ja auch mein logo na mein venus spirit logo das habe ich auch dementsprechend so design lassen ja aber hier geht es ja um die spirituelle venus und nach omnek und ich zeig das hier mal ob du das jetzt sehen kannst wir hatten damals auch mal vor langer zeit diesen kleinen stempel machen lassen ja der ist mir jetzt eben gerade wieder eingefallen das heißt ich werde jetzt als i tüpfelchen wenn du also eine karte bestellst hier noch diesen siemer stern stempel drauf machen das ist das ist jetzt wackelig okay das ist jetzt was ganz besonderes denn das wäre in omnex sinne das würden würden wir sowieso machen wenn sie zusammen hier mit mir wäre und wir die pakete zusammen schnüren würden sie ist aber erst im sommer wieder hier immerhin nach acht jahren das erste mal aber auch das ist verlinkt in der youtube beschreibung falls du das noch nicht weißt da gibt es auch die möglichkeit die omnex noch persönlich zu erleben was sicherlich was besonderes ist sieben teile in diesem jubiläumspaket karte die drei bücher das ist sozusagen also die karte hat natürlich klar die hat auch geld gekostet aber eigentlich ist die ja mehr der individuelle der der ideelle wert ja das ganzen das buch hat die bücher unterliegen in deutschland der buchpreisbindung wie du sicherlich weiß deswegen konnte ich auch nicht da so ein rabattschnäppchen ding draus machen das habe ich zu ursprünglich gedacht so von wegen okay die drei bücher zusammen kosten 61 euro dann machen wir da vielleicht 50 oder 55 draus darf ich aber rein rechtlich einfach gar nicht ja weil wir haben in deutschland dieses gesetzbücher haben einen bestimmten betrag da darf es keine unterschiede geben und deswegen habe ich andersrum gemacht und habe lieber ein paar sachen hinzugefügt und deswegen gibt es jetzt dieses paket mit sieben teilen denn die sieben ist ja wie in diesem buch erwähnt wenn du diese seiten aufschlägst da gibt es eine zeremonie eine reinigungszeremonie dann gibt es eine 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 venusische liebeszeremonie da werden auch sieben schritte gemacht und dann gibt es die gesetze der höchsten gottheit das sind auch zweimal sieben gesetze das habe ich die habe ich auch sogar in dem anderen video vorgelesen dass ich wo ich mit manfred bürger ein interview geführt habe das ist auf meinem kanal zu hören das lohnt sich auch sehr denn er war einer der ersten der mehr 1994 dabei war der hat noch an der ursprungsversion des buches mitgearbeitet an den texten und kann sich gut erinnern an die zeiten mit der omnic als sie noch richtig richtig fit war physisch fit einfach also eine karte jeweils ein buch und dann kommen noch die drei zusätzlichen schätze dazu dazu habe ich mir was einfallen lassen alles was omnic auch wählen würde wir sind so eng miteinander verbunden ich weiß dass wir zusammen genau die sachen selben aus dieselben sachen ausgewählt hätten das ist hier ein beispiel also das ist hier diese da habe ich dass die verpacke ich in kleine organza säckchen die werden auch verschiedenfarbig sein das sind kleine feng shui herzen also das sind regenbogen kristalle die kannst du mit einem band oder einem ja wie heißen die dinge also das sind so prismen was für eine schöne symbolik ja wenn du die ins fenster hängst die haben ein loch wenn du den ein fenster hängst und die sonne scheint drauf dann entstehen regenbogen im raum es ist ja wie wie das herz nicht es ist ja wie das herz oder wie die venus die sind ja auch wie prismen die das licht in verschiedenen facetten so dass es dem empfänger entsprechend ankommt verteilt werden dann haben wir habe ich ein etwas zusätzlich also das ist dann artikel oder punkt nummer sechs das ist ein päckchen räucherstäbchen aus der mystiklein das ist da habe ich damals gearbeitet und habe sogar noch die texte mit verfasst das heißt spirituelle liebe weil das ist ein bisschen süßlich aber das ist so fein das ist ganz fein das ist mit jasmin duft und du siehst hier und das ist dann direkt auch teil nummer sieben dieser wirklich wirklich exklusive also ich sage wirklich exklusiv weil der würde im laden echt echt was kosten aber den gibt es bei mir so separat nicht zu kaufen ich habe diese sachen wirklich extra nur für dieses jubiläumspaket zusammengestellt und besorgt und der ist auch das schwerste element aus diesem ganzen paket weil der ist aus speckstein und der heißt venus der heißt echt venus der du siehst ja selbst der hat diese schöne runde form du kannst hier hinten auch diesen kleinen eingelassenen kuller sehen da kannst du also auch räucher kegel raufstellen wenn du willst aber das was ich eben mit schicke sind die räucherstäbchen und falls du sowas noch nie gesehen hast oder noch nie gemacht hast ich zeig dir das mal du musst also einfach nur das räucherstäbchen da reinstecken in dieses vorgebohrte loch dann anzünden und die flamme ausgehen lassen und dann duftet das wirklich wirklich herrlich vor sich hin also das ist kein künstliches räucherstäbchen was irgendwie unangenehm riecht oder so ich meine klar es ist trotzdem immer geschmackssache aber ich bin sehr empfindlich was künstliche räucherstäbchen betrifft die kann ich gar nicht vertragen die mache ich wirklich nach zwei atemzügen wieder aus ja und schmeißt die dann weg wenn mir sowas mal begegnet oder mir geschenkt wird weil viele wissen das ja nicht so genau aber ich habe lange jahre auch in dieser firma gearbeitet und kann bin einfach sehr sensibel was dürfte betrifft ich kann auch keine künstlichen kerzen aushalten die irgendwie beduftet sind oder so aber das hier sind wirklich feine räucherstäbchen und die riechen eben dadurch das wirst du selber merken und das ist natürlich etwas das kann man jetzt auch wiederum zusammen weißt du kannst du fast ja ein kleines ritual für dich draus machen dass du dich wirklich in ruhe hinsetzt und in ruhe mal tief durchatmest und ganz in ruhe mal wieder ein buch liest ich weiß nicht wie viele von euch das heute noch machen denn wir sind ja doch inzwischen durch die medienwelt doch sehr im schnellen konsum die videos müssen ganz schnell gemacht sein und alles wird immer fanziger und dann kommt dazu und das wird alles immer toller und immer schöner und schnell 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 oder und diese langsamkeit ist aber in wirklichkeit das was diese welt braucht und in der langsamkeit gibt es auch tiefe heilung und tiefe erkenntnisse und deswegen aber das würde jetzt zu weit führen ich will gar nicht jetzt hier einen spirituellen vortrag halten was ich jetzt aber ich sage den gedanken noch zu ende ich bin ganz sicher dass wir deswegen auch überhaupt schlafen ich glaube einen körper der voll bewusst und die ganze zeit im hellen bewusstsein ist der ruht gelegentlich mal aber der braucht nicht diese krasse zeit des totalen abtauchens und das totalen schlafens ich glaube da werden wir auch irgendwann hingehen denn je höher das bewusstsein wird und je mehr im einklang wir mit dieser himmlischen göttlichen quellkraft sind die ja einfach auch von omnek transportiert und übermittelt wird auch über ihre präsenz und über ihre lehren je mehr wir da also selber wieder hinkommen jedenfalls diejenigen von uns die sich für diesen weg entschieden haben und das ist als seele ganz sicher vor der inkarnation entschieden worden ob wir in diesem leben uns für das erwachen entschieden haben oder oder nicht und das ist keine wertung das ist einfach eine entscheidung denn die seele ist ja frei sich ihre erfahrung auszuwählen die sie zu machen wünscht und vor diesem hintergrund werden viele von uns auch immer bewusster werden und immer mehr in der liebe ankommen in ihrem herzen ankommen und dann kommt auch die ruhe wieder rein ja oder beziehungsweise über die ruhe kommt auch diese diese anbindung die wird viel größer über die stille wie viele nehmen sich noch wirklich zeit oder erstmalig zeit wer ist aufgewachsen mit der wichtigkeit mit der bedeutung was es bedeutet in die stille zu gehen und sich mit dem mit dem göttlichen zu verbinden und damit lasse ich es jetzt einfach mal stehen ich habe es jetzt mitgeteilt noch mal zusammengefasst vielleicht eine karte jeweils ein neues buch dieses ein päckchen von diesen räucherstäbchen dieser speckstein räucherhalter und und das herz das feng shui herz oder das regenbogen kristall herz und als i tüpfelchen kommt von mir dann eben noch einer ein blauer ein blauer sieben stern stempel drauf den ich vor ich weiß nicht wann wir den gemacht haben ich glaube da war ich noch in landshut da haben wir den damals gemacht da haben wir mal zusammen karten gemacht ich glaube einladungskarten auch für irgendwas oder so und da haben wir den stempel herstellen lassen ja insofern wird das doch ein runder schuh draus findest du nicht auch damit lasse ich es stehen ich wünsche dir einen wundervollen sonnigen tag ich hoffe du hast ihn auch so schön wie ich hier und bis bald